Ein zweiter Punkt, den wir uns heute bitten wollen, ist das Thema Zulassung und Bedarfsplanung. Wir haben ja in Deutschland sehr viele sogenannte gesperrte Gebiete, also ich kann tatsächlich nur eine Praxis übernehmen, wenn ein anderer Arzt die Praxis abgibt. Ich könnte mich natürlich auch auf der grünen Wiese irgendwie selber niederlassen, da gibt jetzt aber gewisse Bedingungen für, wollen wir da zwei Sätze zu sagen, wie geht das vonstatten und wie ist das Recht, das Standesrechts-KV-Recht aus Ihrer Sicht? Für unsere Mandanten leider immer komplizierter, für uns Juristen wirklich mittlerweile ein spannendes Beratungsfeld, das kann man nicht anders sagen, weil das Nachbesetzungsverfahren oder das Zulassungsrecht in den letzten Jahren immer komplexer geworden ist. Wir haben, früher ist es relativ leicht gehabt, Übernehmer und Abgeber auch zulassungstechnisch unter einen Hut zu bringen. Heutzutage ist das viel schwieriger, wir haben auch viel längere Zeiträume, die wir dafür einplanen. Das heißt, das reine Verwaltungsverfahren, wenn wir vom ersten Antrag auf Nachbesetzung bis zur rechtskräftigen Entscheidung des Zulassungsausschusses sprechen, planen wir mittlerweile mindestens neun Monate an. Darf ich nochmal sagen, neun Monate alleine dafür, dass wir eine rechtssichere Übernahme gewährleisten können? Also, das ist nur das Antragsverfahren, das ist nur das reine Verwaltungsverfahren, das mittlerweile aus mehreren Anträgen besteht. Ich muss erstmal beantragen, ob meine Zulassung überhaupt ausgeschrieben wird. Das heißt, es gibt ein Vorprüfungsverfahren, wo der Zulassungsausschuss prüft, hat die Praxis genügend Scheine, um nachbesetzt zu werden? Punkt eins. Und Punkt zwei, befindet sie sich eventuell in einem überversorgten Gebiet, das so stark überversorgt ist, dass wir besser diesen Praxissitz einziehen. Das passiert Gott sei Dank in der Praxis noch nicht allzu häufig. Kann in Zukunft aber noch ein Thema sein, das uns zusätzlich beschäftigen wird. Dann, wenn also über die Nachbesetzung entschlossen wurde, dann wird ausgeschrieben, mindestens einen Monat. Danach können sich mindestens einen Monat Bewerber auf diesen Sitz melden und dann, wenn eine Auswahl auch zwischen Abgeber und Übernehmer stattgefunden hat, dann erst kommt die tatsächliche endgültige Zulassungsausschusssitzung, in der der Zulassungsausschuss dann nach objektiven Kriterien entscheidet, wer die Zulassung erhalten soll. Es ist ja leider nicht so, dass der Zulassungsausschuss immer demjenigen die Zulassung erteilt, den sich der Abgeber wünscht. Wobei das immer noch bei vielen in den Köpfen ist, ja, ich habe mich geeinigt mit dem Abgeber, bin mir also einig und bin deshalb auch sicher, ja, ich bekomme den Sitz. So leicht ist es leider nicht, wenn ich dann einen Kollegen habe, der fachlich geeigneter ist als ich, weil er zum Beispiel schon länger seine Facharztanerkennung hat, besondere Zusatzqualifikationen aufweist, dann kann der Zulassungsausschuss auch sagen, nein, für die Versorgung besser geeignet ist der andere Kandidat. Da spielt es keine Rolle, dass die beiden sich eventuell schon geeinigt haben. Das heißt, es gibt tatsächlich objektive Kriterien, die der Zulassungsausschuss zugrunde legt, um zu sagen, ja, Arzt A ist besser geeignet als Arzt B, der aber eigentlich ja schon mit dem Abgeber sich einig gewesen ist. Tatsächlich gibt es solche Situationen. Natürlich versuchen viele Zulassungsausschüsse auch den Parteiwunsch Geltung zu verblenden. Und das Ganze ist ein Ermessensspielraum, den der Zulassungsausschuss hat. Das ist nicht Mathematik im Sinne von derjenige, der sechs Jahre Facharztanerkennung hat, ist also per se besser als derjenige, der es erst fünf Jahre hat. Nichtsdestotrotz müssen wir darauf achten und deswegen kann sich so eine Planungszeit für eine Nachbesetzung auf bis zu drei Jahren verlängern. Weil wir sagen, was können wir denn tun, damit wir gar nicht erst in die Bredolie kommen, dass der Zulassungsausschuss eine Auswahlentscheidung treffen muss, die auch zu unseren Lasten ausgehen könnte. Und da können wir zum Beispiel Folgendes tun. Wir können den potenziellen Übernehmer vorher in der Praxis anstellen. Wenn er drei Jahre in der Praxis beschäftigt war als Angestellter, dann muss er hinterher den Sitz bekommen. Dann hat der Zulassungsausschuss keinen Auswahlentscheid mehr und deswegen würde dann die Planung sich nochmals verlängern. Und so ist das tatsächlich heute. Viele, die glauben, die Sitze, die da so in den KV-Blättern ausgeschrieben sind, da lohnt es sich darauf zu bewerben. Oftmals lohnt es sich nicht darauf zu bewerben, weil wir im Hintergrund Wirtschaftsberater, Rechtsanwälte schon einen Plan gestrickt haben, mit dem wir sicher sind, dass der Sitz in die Richtung wandert, die wir gerne hätten. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sprechen wir über einen Zeitraum der Übernahme von neun im optimalsten Fall bis zu drei Jahren im Worst Case. Da muss ich natürlich jetzt aus Sicht des Wirtschaftsberaters auch sagen, auch neun Monate sind daher sehr kurz, weil wir müssen ja, wir haben ja jetzt nur über die rechtliche Seite gesprochen, wir müssten ja dann auch noch die Themen der betriebswirtschaftlichen Planung, der Finanzierungen und so weiter und so weiter mit einbeziehen. Also vor dem Hintergrund ist es nicht möglich, sich in Anführungsstrichen mal eben zuzulassen oder sich mal eben eine Praxis zu besorgen. Wir brauchen also ein bisschen Spielraum, Planungszeit. Jetzt haben Sie gerade eine Sache angesprochen, Ausschreibung in dem KV-Blättchen nenne ich es mal. Das ist in unterschiedlichen KV-Bezirken immer unterschiedlich, die Namen sind unterschiedlich. Vielleicht nochmal eine Frage, wie ist Ihre Erfahrung? Ich lese eine Ausschreibung in einem solchen Blatt. Wie groß ist die Chance, dass ich diese Praxis, die da drin steht, bekomme, wenn ich den Arzt vorher nicht gekannt habe? Das hängt tatsächlich ein bisschen auch von der Facharzt-Richtung an. Das heißt also im hausärztlichen Bereich, wenn es überhaupt im hausärztlichen Bereich gesperrte Gebiete gibt, ist es häufig leichter oder Kinderarzt, das sind Gebiete, Facharztgebiete, in denen es nicht so viel Wettbewerb gibt. Wenn es um einen kardiologischen Sitz, orthopädischen, fachärztlich-inneren, rheumatologischen Sitz geht, dann kann ich relativ sicher sein, dass der Wettbewerb da ist, dass andere Mitbewerber da sind und dass diese Zulassung nicht vor den Testzwecken ausgeschrieben wurde, nach dem Motto, vielleicht bewirbt sich ja einer darauf, sondern die wurde ausgeschrieben, weil vorher die Verträge schon unter Dach und Fach gebracht wurden. Also hat jemand genau diesen Planungszeitraum, den Sie vorher beschrieben haben, da schon umgesetzt? Dann erst tatsächlich den Schritt in die Öffentlichkeit gewartet. So ist es, weil wir reden ja für solche Zulassungen über enorme Werte, die da ... Ich darf zwar ein Facharzt jetzt nicht verkaufen, isoliert, das ist also keine Handelsware im klassischen Sinne, hat auch steuerliche Gründe und so weiter, aber nichtsdestotrotz ist es de facto eine Handelsware und für begehrte Sitze, also jetzt gerade fachärztlich-internistische Sitze in Ballungszentren, werden mal schnell 200.000, 300.000 Euro bezahlt, nur für den Sitz. Ja, wir werden dieses steuerliche Thema an anderer Stelle nochmal etwas genauer beleuchten, damit wir gerade diese spezielle Thematik der Steuern und der Übernahmen und überhaupt, wie gehe ich mit dem Thema Abschreibung und so weiter auch um, dann nochmal für Sie etwas genauer darstellen können. Die letzte Frage zu dem Thema Zulassungen, wobei wir auch da sicherlich noch viel, viel länger sprechen könnten und auch wenn wir jetzt Begrifflichkeiten alleine erklären wollten, ich möchte nur nochmal eine Sache sagen, damit sind wir eingestiegen, können Sie kurz nochmal erläutern den Unterschied zwischen einem gesperrten Gebiet und einem nicht gesperrten Gebiet oder freien Gebiet? Ja, leider gibt es nicht mehr so viele freie Gebiete in Deutschland. Das heißt, es gibt für jede Facharztgruppe in Deutschland Verhältniszahlen, auf wie viel Einwohner ein Arzt entfallen sollte. Das ist irgendwann mal festgelegt worden verbindlich und tatsächlich haben wir in fast allen Facharztgruppen, die wir so in Deutschland kennen, Zulassungsbeschränkungen. Das heißt, da ist das Verhältnis zwischen Arzt und Patient erreicht, übererfüllt und wir haben Überschreitungen von über 100, 140, 150 bis zu 200 Prozent. Es gibt dann einige freie Gebiete noch, auch im fachärztlichen Bereich gibt es das natürlich in ländlichen Gebieten, Mecklenburg-Vorpommern, aber nicht nur da. Im hausärztlichen Bereich haben wir das noch relativ massiv. Das ist übrigens auch etwas, wo man sich immer informieren soll. Mittlerweile gibt es ja auch Fördergelder für bestimmte Facharztgebiete. Wenn ich höre, dass wir hier auch in Westfalen-Lippe Bereiche haben, wo Hausärzte bis zu 50.000 Euro von der KV bekommen, dafür, dass sie sich niederlassen. Da finde ich das schon ganz enorm. Und das liegt halt einfach daran, dass wir eine wahnsinnige Überversorgung in vielen Ballungszentren haben, in einzelnen Facharztgebieten und umgekehrt in anderen, kinderärztliche Versorgung, hausärztliche Versorgung, dann Unterversorgung haben und da auch keine Nachfolger finden. Wie wäre das, wenn ich mich jetzt rein privatärztlich niederlassen möchte? Das ist kein Problem, zumindest im zulassungstechnischen Sinne kein Problem. Da muss ich dann die Patienten finden, dass es betriebswirtschaftlich sich rechnet. Das ist ja nicht so häufig der Fall. Aber dann habe ich diese ganze Thematik, die wir jetzt erörtert haben, nicht. Das zeige ich bei der Kammer an. Das geht relativ unbürokratisch und einfach und dann könnte ich als Privatarzt loslegen. Also man sieht, ein sehr spannendes Thema, auch ein sehr vielschichtiges Thema, gerade weil wir natürlich diese unterschiedlichen Abrechnungsmodalitäten berücksichtigen müssen, die unterschiedlichen Zulassungsvoraussetzungen berücksichtigen müssen. An der Stelle erstmal vielen Dank, Herr Patendorf, für das Thema Abrechnung und KV.